Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 23. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1322 und mit einem verregneten Pollengen Nase kommt es zu den folgenden Themen. Kommunikationssicherheit, HiRise, Cell Broadcasting, Sony, MetaQuest und TSMC. Ich starte gleich mit iMessage und der Kommunikationssicherheit für Kinder, welche ja in gewissen Ländern schon freigeschaltet wurde und vor kurzem auch am Tag der, was war es schon wieder, zum Thema war zumindest. Leider nicht bei uns in der Schweiz. Aktuell freigeschaltet ist es für USA, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Australien und Neuseeland. Und jetzt kommen neue Länder dazu, wie iCulture berichtet. Leider aber wieder nicht die Schweiz. Niederlande, Belgien, Brasilien, Japan und zwei Länder, die ausserhalb von Europa sind und noch nicht genauer benannt wurden. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Nicht so schade, finde ich, das neue Gadget, was 12 South vorgestellt hat. Der HiRise Pro für MacBook, solchen Teil habe ich schon seit, ja, bald sechs Jahren, glaube ich. Es ist ein Laptop-Ständer. MacBook-Ständer speziell, farblich abgestimmte etc. Lässt sich aber natürlich auch mit anderen Geräten von anderen Herstellern nutzen. Und dieser hat jetzt eine Neuigkeit. Nämlich unten drin ist ein Kabel, was unten reingeht. Und das geht da rein, weil die Fläche unten, die vor eigentlich immer toter Platz war, oder ja, ich habe da meine SSD-Platten draufgemacht und solche Geschichten, da kommt jetzt MagSafe-Integration rein. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Zwei in einem. Dann geht es weiter mit dem Zell-Broadcast. Im letzten November, war es Dezember, wurde es ja getestet. Ich habe hier im Daily davon berichtet. Jetzt wird es live geschaltet. Nämlich genau ab heute Mitternacht, also vor vier Stunden, ging das Ganze los. Es wurde freigeschaltet. Es kann jetzt überall, wenn Notfall da ist, genutzt werden. Einen nationalen Warentag gibt es auch schon, wer sich da ein bisschen mehr einlesen will. Auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens findest du einen Link dazu, wo du die ganzen Informationen findest. Der Druck auf Sony wächst. So titelt zum Beispiel, oder zum, genau, zum, nicht Beispiel, sondern doch so titelt, WinFuture. Nämlich Microsoft einigt sich nun auch mit Nvidia. Ich habe gestern oder vorgestern schon erzählt, dass Microsoft sich mit Nintendo geeinigt hat und zehn Jahre zum Beispiel den Titel Call of Duty für die Switch-Plattform bringen wird. Und somit möchten sie natürlich eben Wind aus den Siegeln nehmen, den ganzen Behörden, die da mit in die Richtung schiessen. Wer da vor allem schiesst im Hintergrund ist Sony, denn die haben Angst, dass Microsoft zu mächtig wird. Obwohl auch durch die Übernahme Sony noch immer grösser ist, ist die Angst da sehr, sehr gross. Jetzt hat sich, wie gesagt, Microsoft auch mit Nvidia für die, wie hieß sie nochmal, wie heisst sie nochmal, GameNow-Plattform? Einfach GeForce Now-Plattform, oder wie sie auch immer heisst, die Gaming-Plattform angeboten hat. Das heisst, die nächsten zehn Jahre werden auch da Titel alle kommen, ohne jegliche Einschränkung. Jetzt dürfen wir mal gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Bei Meta, genauer gesagt MetaQuest, das ist ja die VR-Brille von Facebook-Universum, die hat ein Update bekommen, das sehr, sehr praktisch ist. Jetzt kann man nämlich sogenannte 2D-Anwendungen einblenden, zum Beispiel ein MetaQuest-Browser, über ein laufendes Spiel, ohne dass dieses ausgesetzt werden muss. Es sind noch ein paar andere coole, praktische Funktionen mit dazugekommen. Wer solch ein Teil hat, sollte sich ein bisschen informieren. Ist nämlich sehr, sehr praktisch, wie gesagt. Weiter geht es noch zu guter Letzt mit Apple und TSMC. Apple hat nämlich die komplette 3 mm Nanostrukturbreite, also alle Chips, die TSMC produzieren kann, in der nächsten Dreivierteljahr aufgekauft. So, dass sie genügend Stück für ihre iPhone-15-Serie haben, für die neuen MacBooks und andere Geräte, die wahrscheinlich da in den Bereich noch kommen. Gleichzeitig haben sie auch einen gewissen Storno durchgegeben von älteren Prozessoren, die sie somit nicht mehr brauchen, die man aufbestellt hatte, weil eigentlich die 3 mm Nanostruktur schon im letzten Dezember hätte kommen sollen und somit dann auch Geräte, wie zum Beispiel das MacBook und so weiter, was erst kürzlich vorgestellt wurde, dann eben mit einem älteren Chip, mit einem 4 mm Nanochip vorgestellt wurde. Nicht Millimeter, sondern 4-Nanometer-Chip jetzt ist gegangen. Ja, wir dürfen uns freuen auf potente und vor allem stromsparendere Geräte in der letzten Hälfte des Jahres. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr hört und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Poughkepsy. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.